Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Leisure Suit Larry. Wir sind hier gerade mit einer Prostituierten namens Olga. Oder ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich nenne sie einfach mal Olga. Vielleicht will sie ja unseren Whisky, dass wir mal mit dem Taxi fahren können. Möchte sie denn vielleicht unseren Wodka haben? Manu. Du schlägst den Schuss von cheapen Blutzen. Ach so geht's. Dann breit das Glas auf dem Boden. Sehr dramatisch, ja? Ja. Jetzt könnten wir also Taxi fahren. Ja, wir könnten Taxi fahren. Willst du uns heiraten, Olga? Okay, Entschuldigung. Okay. Aber wie? Wie kann ich mich ausziehen? Ich will mich ausziehen. Ah. You strip off the rest of your clothes. You hop in the bed with the hooker. Yay. Yay. üyorh isn't in the mood. Hello, successor. You feel less than satisfied. Technisch war. You are still a cat owl. But for some reason the thrill just wasn't there. You vow to continue your quest until you please your heart. Not just your other organs. Ungeschützter Sex in den 80ern, Larry, im Ernst? Für ungeschützten Sex mit deiner Nutte. Hände auf. Du bist nur verrückt, weil du nicht mehr davon haben kannst. Oh ja. Du hast nichts mehr, um zu entfernen. Du kannst nichts tun. Hey, hey. Dein Tag ist für heute Abend. Okay, schade. Wie kann ich mich hier wieder anziehen? Ah. Okay. Wunderbar. Können wir jetzt hier aus dem Fenster springen eigentlich? Nach diesem wunderbaren Sex? Ja. Und so, das mach ich auch immer nach dem Sex. Spring ich einfach aus dem Fenster, weil... Sie kann einfach nicht damit leben. Einen Moment. Suche einfache Gefühle. Sag, du könntest eine neue Karriere im Fenster springen. Hey, schau mal. Du wirst mit einem perfekt guter Hammer mit nur ein bisschen Mysterie-Goo auf dem Handel. Ja, ja. Du nimmst den Spruch ab in die Tonne wirklich wörtlich, Larry. Dafür, dass du dich vom Balkon in den Container stürzt und dir den Hammer holst. Okay, jetzt haben wir den Hammer. Achso, war das falsche Icon. Riecht er sich an den Fingern. Iiiiiiih. So jetzt. So jetzt. Du fühlst dich eine unkomfortvolle Twinke. Die Twinke wächst in einem Pang. Der Pang wächst in einem Pang in einem Pang. Dann gibt es diese etwas schmerzende und sterbende Sensation. Deine Mutter hat dir nie gelernt, nicht in den Regen zu gehen, ohne deine Liebungen zu tragen? Die Frau am Boden ist ein menschliches Petri-Disch. Upsi. So, das kennen wir schon. Okay, sind wir wieder tot. Haben wir trotzdem noch den Hammer? Ja, den Hammer haben wir. Gut, so, dann würde ich jetzt gerne nochmal ein Taxi rufen. Achso, einsteigen natürlich. Was zur Hölle hast du, Benny? Rottende Körse mit 40 Klauen Salz? Hey, Bud, wo sind wir gehen? Und das wird 22 Dollar, Mac. Kann ich einfach gehen. Du hast nicht versucht, mich aus meinem Pang ohne zu bezahlen, hast du? Hehe, was mache ich das? Okay, dann müssen wir den erstmal bezahlen jetzt hier. Oh nein, du hast nicht. Vielleicht mit der Brieftasche dann. Danke, Kind. Okay. Haben wir den also schon mal bezahlt? Okay, dann schauen wir uns erstmal um hier ein bisschen. Es ist ein Feuerplug. Hehe, du sagst, Plug. Diese Kunstgallerie hat sich geöffnet, seit sie das nackten Charlie Manson uriniert auf Mohammed-Painting. Ja, ist das kontroversial oder was? Hahaha. Ich kann so groß und muskelbereit sein, wenn ich wollte. Ich möchte einfach nicht, das alles. Ja, genau. So geht's mir auch. Ich will einfach nicht. Können wir mit ihm reden. Wie, wir haben doch bestimmt hier einen Passen drin. Okay, einfach reingehen geht auch nicht. Nein, okay. Ja. Okay. Ja, hab's verstanden. Danke. Okay. 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 wenn du deine Mitgliedschaft hast, um zu entdecken. Wie kann ich mit dem Regierer sprechen, wenn du mich nicht inlässt? Die Regierer erhält die Gelegenheiten für die Mitgliedschaft von 9 Uhr bis 5 Uhr. Bitte komm zurück, Dan. Jetzt weg. Danke. Ah, ich verstehe. Es ist ein Puzzle. Okay. Wie? Das ist kein Rätsel. Kann ich hier hinten in die dunkle Gasse gehen, ohne dass mir was passiert? Nee, scheinbar nicht. Doch. Okay, das ist dieselbe Gasse wie eben. Wir gehen wieder, ganz schnell. Ich glaube, jetzt ist es abgestürzt. Ja, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Da habe ich aus dem Bildschirm rausgeklickt, weil ich hier doch ziemlich in die Ecke klicken muss und habe dann in Audacity reingeklickt. Jaja, du sagst ja nur. So, dann müssen wir nochmal Taxi fahren. Ich hoffe, uns geht das Geld nicht irgendwie aus. Jetzt gleich bald. Was? Was ist denn das Geld? Okay. Ja, ja. Du sagst immer dasselbe, wa? So, warte mal hier. Wo fährt der denn lang? Der muss... Immer kleiner Überhang. Immer. Der müsste nur ein Pferd hier außen rum. Ich glaube es ja nicht. Taxen, ey. Das wird sogar 20. Ja, komm hier. Dankeschön, Junge. Ich glaube es gut. Oh, sehr gut. Du klickst auf... Du wirst nicht sein, um Wein zu verabschieden, würdest du? Nein. Alles klar, sei so. Du brauchst eine Hilfe? Na ja, mein Name ist Roddy Kontiki. Du brauchst nicht Hilfe. Das ist ein tolles Name. In der Fall, ich bin in einem 12-Step-Programm. Ich versuche nie mehr als 12-Steps aus einem Licker-Store zu sein. Wie das? Ich habe das gemacht. Ja, siehst du mal, wie nett wir sind, wa? Wollen wir den mal anriechen? Ja, die Zähne und Zähne haben mich ziemlich clean genommen. Was ist das? Dein Appendix? Willkommen zum Komm-and-Go. Bitte, behalte deine Hand, wo ich sie sehen kann. Ich hoffe, dass ich nie in meinem Leben wieder so weile wie deine heutigen Exhalationen riechen kann. Das ist gemein. Mann, oh. Mann, oh. Look at the great articles in this issue of Biggins. Here's one about how to break into the windows of apartment buildings. Here's another about how to make your own perfume. This could be a valuable issue. You briefly scan an issue of Martha's Spewitt Living. Sie sagt, Leute, legt eine Sprigke frische Rosemarie unter Ihren Skrotum, die nächste Mal, wenn Ihr Partner euch gefühlt hat. Sein leitungsvoller Aroma schlägt sogar das Stalist-Vellatio. Das ist ein gutes Ding. Du schlägst durch das letzte Thema der Süden-Lehring, aber du bist nicht der Haupt-Demografie. Du schlägst durch dieses Jahr gute Hauskirchen. Das ist sehr intimidativ. Du schlägst kurz auf eine Kopie des National-Giets-Graphics, aber es schlägt sich an ihre Hype. Okay, okay. Holy cow! Sie haben Boxer-Stuff! Es ist eine Stoffing-Mix und Brickfuss-Sereal, alle in eine. Der Körger sagt, dass es Teil einer Stilz-Ballanzösung ist. Es ist Can-O-Chum, das Fleisch und Vegetable-Paste mit 1,001-Use. Extruttet auf hohe Geschwindigkeit, für extra flavor. Die Schäuze unteren sind mit einer Art von anderen Staple-Lehring, wie die Schäuze, 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 Ich liebe meine Bier, wie ich liebe meine Frauen. Schäuze, schäuze, schäuze und schäuze. Wir können Sie nicht kaufen Bier in diesem Spiel. Was? Was? Oh. Okay. Diese Schäuze sind alle veröffentlicht. Wie die Schäuze, wie die Schäuze, die Schäuze und verbringte drei Schäuze jeden Tag. Es ist immer sehr schade, wenn jemand so jung stirbt, von einer stöten, unnamellten Gästrik-Kollapie. Sie schnell durch die Schäuze, schauen Sie für die Schäuze, die in der Körger, aber Sie sind verletzt. Das ist meistens eine Hand. Sie nehmen die Biggans, die größte Schäuze der ganzen Schäuze. Yeah. Yeah, baby. So, was haben wir noch? Wein. Wollen wir das mal angucken können. Yeah, baby. Yeah, baby. Okay, Entschuldigung. Wie die Schäuze werden Sie in ein Tier, Larry. Oh! Was ist das hier? Schau, das ist dein Lieblingsbrief der Schäuze, mit anderen spannenden, schäuze, schäuze. Was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? Sie tragen Kondöme hier, aber sie müssen hinter dem Kounter gehalten werden. Ah. Lass uns darüber diskutieren. Ich verstehe, Sie sind interessiert in Ihren Lebensmittel? Ja. Ist keiner da, Larry. Ja, das ist das. Ich würde einen von deinen besten Prophylaxativen lieben. Wir haben alle Mannschaften, für eure stupfenden Freude. Welchen Schaffell Faltensack gebrauchen? Ähm, Spaghettini? Ähm, Faltensack. Welchen Schaffell gebrauchen gebrauchen? Gebürstetes Aluminium. Welchen Exzesse Kapazität gebrauchen? Geysir. Welchen Formen gebrauchen? Koffein. Welchen Formen gebrauchen? Vier Jahre ohne Dusche. Da geht's. Danke. Hey, everybody. This Perf just bought it. Sheepskin. Extra Small. Spaghettini Girth. Sharpay. Brushed Aluminium. All faithful capacity. Gaffinated. Chicken Vesuvio Scented Lumber. Wo kamen die denn auf einmal alle her? Manu. Was ist das? about this arcade game just rub you the wrong way. Okay. Okay. Angry Broads. Das ist wie Angry Birds oder was? Hm. Sieht gerade noch anders genug aus, um eine Klage zu verhindern. Für eine genaue Inspektion des Angry Broads Automaten. Ach, sind halt... Dicke Frauen. Angry Broads. You can't do anything with this machine. It seems to be stuck in permanent demo mode. Okay. Aber, äh, sehr lustig. Sehr lustig. Wow. Even the CovenGo has its own slot machine. Yeah. Oh. Dü-dü-dü-dü. Schade. It feels oddly generic. As if you felt something just like it before, elsewhere. What? It feels... Okay. Ich dachte, ich könnte hier die Mikrowelle daneben irgendwie mal anmachen und damit das Dings ändern. He is a clerk in a convenience store. And he has the scars to prove it. Kann man mit dem reden. We are open 24 hours for all your unsavory needs. Okay. We have no public bathrooms. If you absolutely must, please go in the alley. Like everyone else. Okay. Haben wir noch Zigaretten? He is a clerk in a convenience store. Nein. They have all the most popular cigarette brands here. Like Unlucky Stroke. Paul Bearer and Labrat's favorite. Püllmüll. Unlike most Vices, Larry, this is not one to which you aspire. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Wait just a minute, Mr. Shoplifter. Come over here right this moment. Ach so. Äh. Ich wollte doch gerade bezahlen. Upsi. Mein Ziel ist zu verhindern. Jede für mich. Larry, du hast immer gesagt, dass Shoplifters aus ihrer Misere zu verdienen. Upsi. Habe ich noch die ganzen Sachen im Inventar? Ja. Haben wir. Gut. Dann äh. Hier. Wollen wir mal bezahlen. Du hast nicht genug Geld, um deine Verkauf zu verhindern. Gib mir das. Jetzt muss ich es aus dem Verkauf zu verhindern. Danke. Danke. Der Pfarrer zieht wieder dein Magazin, deine Weinbox und dein Kondom. Jetzt musst du alles durch diesen Prozess wieder gehen. Nein. Wie viel Geld haben wir denn noch? 10 Dollar. Das heißt, ich kann doch nirgendwo mehr hinfahren oder wie? Wie krieg ich denn Geld in diesem Spiel? Ja, da kommt er wieder. Können wir hier jemanden anrufen am Telefon? Steht da unten. Ja. Steht da unten. Ja. Das ist nichts mehr als die Leute, die ihre Nachrichten zu Hause spenden, die zu Hause spenden, 2.99 Euro für einen Moment zu machen, um ein wenig zu reden, mit einigen Menschen zu verhindern. Die meisten von denen sind andere Leute. Du bist auch geholfen, um unsere Psychic Legal Hotline zu telefonieren. Press 2 jetzt, um zu bekommen, ein Psychic aus einem Psychic. Oder press 3 jetzt, um zu bekommen, ein Psychic aus einem Psychic aus einem realen Betrachter. Oder press 4 jetzt, um zu verbinden mit unserem Traktor-Trailer-Trekking-Institut. Find out how you can earn fast money, driving big rigs for 48 hours straight, on nothing but coffee and Slim Jims. All lines are down for maintenance. Please try again later. Thank you. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder weg. Was passiert denn, wenn wir jetzt Taxi fahren? Taxi! Apples! 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 So, damit ihr wisst. Es riecht wie so. So, wir haben ja eigentlich kein Geld mehr. Ja, ja. Ja, wir sitzen immer alleine im Taxi. Fahr doch einfach. Was ist das? Wedding ready. Wir fährst schon wieder außen rum. Atompilze haben Vorfahrt. Jawoll. So ist das. Äh, ja. Was ist das? Du willst mich stiften? Natürlich nicht. Du bist ein Mann. Ich meine, du willst mich aus meiner Fahre schrauben? Ich wusste nicht, dass es so viel wäre. Na, du siehst. In meinem Buch, das ist nicht eine rechtliche Entschuldigung. Jetzt muss ich dich schrauben. Warte, erzähl mir mehr über dein Buch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Verdammt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Larry, Cabrides können in dieser Stadt um 24 Dollar kosten. Haben wir das nicht vorhin? Siby, oh. Ne, hast du nicht gemacht. Mann, oh. Wie komme ich denn jetzt an Geld? Da ist der Typ, kann ich vielleicht nur den Wein kaufen? Was? Du kannst nicht viel mit dem Hohle in dem Geburt, außer dem Walk-in oder... Mouthwash ist günstig. Schau mal rein. Was? Wenn ich jetzt nur den Wein nehme... Reicht das denn vielleicht? Wir haben nur 20.000 Dollar Geld in der Sa... Oh, ich sollte das nicht sagen. Jaja. So, probieren wir das mal. Du nimmst den Harveystein Wein wieder. Und jetzt... Versuchen wir mal zu bezahlen. Du hast nicht genug Geld, um deine Verkaufung zu verhören. Der Klerk nimmt zurück... Scheiße. Wie soll ich denn jetzt an Geld rankommen? Achso. Ich wollte eigentlich rausgehen. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt an Geld? Kann ich denn hier... Ja, ja. Blachhalsmaul. Komm ich denn hier irgendwo hin? Ach, jetzt bin ich hier. Ach, Mann, ey. Hätte ich ja voll nicht... Voll nicht mit dem Taxi fahren müssen vorhin. Ja, aber pleite sind wir immer noch. Naja. Äh, ich muss mal gucken, wie ich an Geld komme. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Leisure Suit Larry. Macht's gut. Tschüsschen.